Luca, Mercedes hat bei deinem Video kommentiert, du musst mir jetzt einen Mercedes kaufen. Kannst du lesen, du Dummkopf, da steht Audi, nicht Mercedes hat kommentiert. Egal, dann holen wir einen Audi, ist das gleiche. Eigentlich ist das Geld verspenden, lass mich. Nein, warte, 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 kannst du mir da was anderes holen? Ein Dyson. Was kostet ein Dyson? 5 bis 600 Euro, glaube ich. 50.000 Likes und Dyson musst du unter diesem Video kommentieren und ich kaufe dir 5 Dyson, mach das. 5 Stück? Ferhat Elvito hat bei einem Kollegen von mir Ware für seinen Shop eingekauft. Als ich das mitbekommen habe, bin ich direkt los, um ihn zur Rede zu stellen. Der Junge hat immer so eine große Fresse im Internet, ich musste das unbedingt mit ihm persönlich klären. Ich habe gar nicht angerufen gemacht, ich habe ihn direkt gesehen, mir war völlig egal, was jetzt passiert. Ich wollte einfach... Boah, hier hat der mich auch fast geküsst. So viele Menschen probieren uns gegeneinander aufzuhetzen. Ich verstehe gar nicht warum, verbreiten Lügen über Firat und über mich, dass er uns schlecht redet oder ich ihn schlecht rede. Ja, es gab mal eine Auseinandersetzung zwischen uns beiden, aber die haben wir geklärt und ab sofort macht jeder sein Ding. Er ist privat mies korrekt, ich wünsche ihm und vor allem seinem Kind und Frau alles Gute. Und auch geschäftlich das Zehnfache wie mir. Was ist eure Meinung zu Beef? Schreibt es mal in die Kommentare. Montana Black hat einfach für über 100 Euro bei uns im Shop bestellt. Zumindest hoffe ich, dass es der echte ist, weil ich sein Content mega feiere. Monte, darf ich deinen Schwe... Name und die E-Mail könnten auf jeden Fall passen. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was bestellt wurde. Deswegen verpacken wir die Bestellung jetzt. Falls Monte dieses Video irgendwie sehen sollte, wäre es auf jeden Fall cool, wenn er einfach mal in die Kommentare schreiben könnte, ob er es war oder auch nicht. Als erstes hat er zweimal das Taki-Split-Bundle bestellt. Aktuell bieten wir eine Packung Taki-Split für 2,99 Euro an. How crazy, man! Weiter geht es mit einem Hotchip, damit die Rosette auch schön brennt. Für Erfrischung gibt es dann ein Prime Blue Raspberry. Und ein Prime Tropical Punch. Dann zweimal Kinder Tronky. Und ein Mike & Ike Megamix. Als kleines Dankeschön bekommst du noch ein paar Packungen Hotchip Chili Chips geschenkt. Falls du möchtest, dass wir deine Bestellung in einem Video verpacken und du coole Sachen geschenkt bekommen möchtest, schreib deine Bestellnummer gerne in die Kommentare. Link zum Shop findest du in der Bio. Und denk dran, Takis gibt es für 2,99 Euro für einen. Was? Der Rapper Luciano hat bei uns im Shop für 200 Euro bestellt. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich den Namen zeige. Weil ich kann das einfach nicht glauben. Hier sieht man, dass ein Patrick Großmann bestellt hat. Ich hoffe, das Ganze ist kein Joke. Falls Luciano wirklich bestellt haben sollte, ist das eine Riesenehre für mich. Weil ich feiere den Bruder schon, seitdem ich 16 bin. Yeah, ich verpack die Bestellung jetzt. Ich bin gespannt, was bestellt wurde, Mann. Als erstes hat der Bruder dreimal den Hotchip bestellt. Weiter geht es einfach mit zweimal dem Takis Bluid Bundle, das wir endlich wieder im Shop haben. Freunde, vertraut mir, wir haben die Takis für einen so günstigen Preis. Schlagt unbedingt zu, denn die sind so oft ausverkauft. In einem Bundle sind zehnmal Takis Bluid. Weiter geht es auch mit den Schokobons Crispy, die aktuell auch sehr oft ausverkauft sind. Weiter geht es mit fünf Packungen OGs. Liebes TikTok-Team, das ist nur Schokolade. Zunächst geht es weiter mit fünfmal den Kinder Creamies. Samyang Guldagraben dürfen natürlich auch nicht fehlen im Hot Cheese Flavor. Weiter geht es mit dreimal Red Bull Peach. Und weil ich deine Musik so liebe, schenke ich dir noch einmal ein Big Pack OGs. Ein Collie Kinder Tronkeys. Ich hoffe so sehr, dass das Ganze kein Joke ist. Aber jetzt pass auf Freunde, ich schenke einem Follower dasselbe Paket. Schreibt einfach euer Lieblingssong von Luciano in die Kommentare und ich suche mir jemanden aus. Link zum Shop findest du in der Bio.